Bitcoin konnte unter anderem die 18.000 Dollar Marke wieder überwinden. Warum das passiert ist und warum die Deutsche Bank vom Bitcoin Kauf abrät, über diese Themen sprechen wir jetzt in Ruhe, bleib also gerne bis zum Ende des Videos dran. Und damit starten wir direkt in das allererste Thema. Und hierbei geht es vor allem um die Frage, wie der Bitcoin in den letzten Stunden wieder die 18.000 Dollar überwinden konnte. Wenn wir uns nämlich die aktuelle Performance ansehen, dann sehen wir hier gute 18.000 Dollar und ein Plus von ungefähr 6,95 Prozent alleine in den letzten sieben Tagen. Die meisten Kryptowährungen, so wie wir es kennen, sind diesem Beispiel natürlich gefolgt. ETH zum Beispiel mit 8,22 Prozent. BNB hingegen ist zum Beispiel ja abgefallen. XRP konnte ebenfalls ansteigen um knapp 2,68 Prozent. Und wir sehen hier einige andere Kryptowährungen, die sich ähnlich verhalten haben. Die Korrelation ist also weiterhin relativ hoch. Und jetzt gucken wir uns einmal die Gründe für diese Veränderung an. Und zwar geht es hier vor allem um den sogenannten Verbraucherpreisindex, also VPI, der nun für November sogar deutlich unter der Erwartung geblieben ist. Ein ziemlich positives Zeichen, denn das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Inflationszahl. Und hierbei handelt es sich letztendlich um einen Wert, der deutlich geringer ausgefallen ist, als man es eigentlich erwartet hat. Man ging nämlich eigentlich schon optimistisch von 7,3 Prozent aus. Nun haben wir einen Jahres-VPI von 7,1 Prozent gesehen. Und das ist eben auch tatsächlich in den letzten zwölf Monaten eine sehr, sehr positive Nachricht. Denn wir haben damit die kleinste zwölfmonatige Steigerung seit Ende Dezember 2021 erleben dürfen. Die positive Bewegung und die grünen Zahlen, die machen natürlich Spaß. Wir bekommen aber relativ schnell mit, dass alle möglichen Trader und Analysten eher etwas zurückhaltend sind und sich eher etwas passiv eben verhalten. Wir sehen zum Beispiel den guten Analysten Game of Trades, der nun eben kommuniziert, dass wir wahrscheinlich demnächst einen massiven Short Squeeze bekommen werden. Außerdem haben wir zum Beispiel Capo of Crypto, der ebenfalls sehr, sehr vorsichtig ist und erst einmal keine weiteren Bitcoin eingekauft hat. Er sagt eben auch, dass der VPI sich grundsätzlich verbessert hat oder besser aussieht, als eigentlich erwartet. Aber er ist immer noch viel zu hoch und das wird aus seiner Sicht eben auch bedeuten, dass wir gerade auf dem Weg zu einem massiven Widerstandsbereich sind und hier wird sich wohl ein niedriges Hoch bilden. Und das wird, oder beziehungsweise das ist letztendlich einer der Gründe, warum er 100 Prozent sich aktuell zurückhält. Und es gibt natürlich weitere Personen, auch weitere Analysten, zum Beispiel in dem Fall Fejau, das ist ein Analyst von einem Kryptomarktforschungsinstitut und er geht davon aus, dass wir in der nächsten Zeit eine deflationäre Panik erleben werden und die würde natürlich noch mal einiges zum Wanken bringen. Das Ganze hat er noch mal zusammengefasst, indem er eben sagte, dass der VPI zwar schnell zurückgeht oder schneller zurückgeht, als eigentlich erwartet, doch er geht davon aus, dass wir Q1, 23, eine deflationäre Panik erleben werden und die wird uns dann tatsächlich zum letzten Boden bringen. Das ist seine Sichtweise der Dinge und erst 2024 werden wir dann erst wieder einen Aufwärtstrend erleben und damit dann endgültig aus dem Winter herauskommen. Das ist so seine Sichtweise. Dann werden langfristige Gewinne auch realisierbar. Ich bin also sehr gespannt, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht. Es ist erst einmal nur eine Prognose und niemand weiß, was wirklich passiert. Außerdem haben wir zum Beispiel morgen am 15. Dezember nun die Daten der Zinspolitik aus den USA wieder vorliegen, denn aktuell gibt es ja das FED-Meeting, das ja einmal im Monat stattfindet und jedes Mal, wenn wir hier neue Daten mitbekommen, gibt es natürlich auch Auswirkungen und Reaktionen des gesamten Aktien, aber auch Kryptowährungsmarktes. Von daher können wir uns auf jeden Fall noch mal auf etwas Volatilität einstellen. Ich bin sehr gespannt, wie es hier tatsächlich ausgehen wird. Es gibt nämlich mittlerweile auch einige Umfragen und hier heißt es, dass die meisten, also knapp über 80 Prozent, davon ausgehen, dass wir eine Leitzinserhöhung von 50 Basispunkten erleben werden. Ob das dann letztendlich tatsächlich zustande kommt oder eben nicht, das werden wir spätestens morgen wissen. Und damit müssen wir uns natürlich jetzt etwas gedulden und den morgigen Tag abwarten. Das Thema sehen wir uns dann morgen noch mal in Ruhe an. An der Stelle muss ich aber auch kommunizieren, dass ich weiterhin meine Bestände aufbaue, denn auch die aktuelle Phase, in der wir uns befinden, ist immer noch eine wunderbare Möglichkeit, kontinuierlich das eigene Portfolio aufzubauen. Das ist natürlich keine Anlageberatung, sondern nur meine Sichtweise der Dinge. Und ich kaufe zum Beispiel über die Plattform BitWave, über den ersten Link in der Videobeschreibung, kannst du dich ebenfalls dort anmelden, meine Bestände. Warum? Das ist eine regulierte Plattform aus den Niederlanden. Wir haben einen Einlageschutz in Höhe von 100.000 Euro. Und du bekommst mit der Anmeldung und Verifizierung direkt erstmal einen kleinen Bonus, den du frei verwenden kannst, also 10 Euro in dem Fall. Egal, ob du nun Bitcoin, Cardano, ETH oder irgendeiner der anderen 175 Kryptowährungen kaufst, das ist ohne Probleme möglich. Du kannst dir die Plattform erstmal in Ruhe angucken. Sie besticht außerdem durch die extrem niedrigen Gebühren im direkten Vergleich mit den meisten anderen Konkurrenten. Und deswegen bin ich seit einigen Monaten bereits sehr, sehr aktiv auf der Plattform unterwegs und zum anderen sehr zufrieden. Wir können das ganze Thema relativ gut abschließen, wenn wir nochmal über die Meinung der Deutschen Bank in Bezug auf den Bitcoin sprechen. Denn die Deutsche Bank hat sich nun tatsächlich nochmal dazu geäußert. Sie veröffentlichen nämlich einmal im Jahr quasi eine Art Zusammenfassung, wie sie das kommende Jahr einschätzen. Und hier geht es zum einen natürlich darum, dass wir aus ihrer Sicht bereits die Höchststände erreicht haben, wenn es um die Inflation geht. Und in Europa werden wir hier ähnliche Werte in der nächsten Zeit erreichen. Aber sie sprechen eben auch aktiv davon, dass nun erst einmal niedrig bewertete Aktien ins Portfolio aufgenommen werden sollen. Es bieten sich hier veritable Einstiegsoptionen. Erst einmal gar keine so schlechte Aussage, wie ich finde. Doch es wird natürlich ein bisschen abstrus in dem Moment, wo sie anfangen, aktiv gegen Bitcoin und grundsätzlich gegen Krypto eben zu schießen. Man rät hier explizit davon ab, Bitcoin zu kaufen und in Bitcoin zu investieren. Und das Spannende daran ist, dass sie sogar angefangen haben, sogenannte Anti-Bitcoin-Kampagnen aufzubauen. Hier siehst du zum Beispiel mal einen Beitrag dazu, einen Kampagnen-Post auf Facebook. Und hier zeigt sich ganz eindeutig, wie die Haltung der Deutschen Bank aussieht. Kryptowährungen für den Vermögensaufbau nicht zu empfehlen. Und das ist die Sichtweise von der Deutschen Bank. Ziemlich, ziemlich hinterweltlich. Aber klar, wir befinden uns natürlich gerade in dem Blickwinkel der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank versteht das Thema vielleicht oder hat es im Blick, aber kann natürlich aktuell, weil einige Dinge einfach noch nicht funktionieren und weil sie gerade gutes Geld mit dem Thema Fiat eben verdienen, nicht einfach auf Kryptowährungen umschwenken. Und deswegen wird man natürlich auch weiterhin gegen den Klassenfeind quasi schießen und sich gegen Krypto und gegen Bitcoin hier stellen. Sie sprechen zum Beispiel darüber, dass der Bitcoin gänzlich als Inflationsabsicherung ungeeignet ist. Nicht so wie Gold. Gold zum Beispiel wächst antizyklisch. Beim Bitcoin ist es so, dass wir hier in einem Tandem mit dem Aktienmarkt uns befinden. Und das stimmt natürlich auch. Und das Narrativ vom inflationssicheren Bitcoin, das bedienen wir ja heute auch überhaupt gar nicht mehr. Es wirkt also so ein bisschen so, als würde die Deutsche Bank sich hier eine Art Strohmann quasi organisieren und sich anhand dessen am Bitcoin abarbeiten. Das Spannende ist außerdem, dass hier BTC Echo auch zusammengefasst hat, wie eigentlich die Performance seit Mai 2007 tatsächlich aussah. Wir sehen hier ein Minus von 92 Prozent, also ein Wertverlust des Aktienkurses seit 2007 von 92 Prozent. Und das ist schon mal eine ziemliche Ansage. Das bedeutet also, dass in dem Fall viele Altcoins deutlich, deutlich besser performt haben, als es die Deutsche Bank und ihre Aktie eben jemals getan hat in den letzten Jahren. Und das ist schon mal ein ziemliches Armutszeugnis. Vor allem, weil wir ja auch wissen, dass die Deutsche Bank den Crash, den wir 2007, 2008 erlebt haben, mit ausgelöst haben und mit zu verantworten hatten. Es ist also wieder eine absolute Lachnummer, dass sich die Deutsche Bank gegen Krypto und damit gegen die Zukunft eben stellt und es überrascht aber irgendwo auch irgendwie nicht. Von daher bin ich sehr gespannt, welche FUPAS sich die Banken in Zukunft hier noch leisten, bis sie dann endlich verstehen, was das eigentlich bedeutet und wohin die Zukunft eigentlich geht. Ich bin sehr gespannt, werde dich diesbezüglich auf dem Laufenden halten und mich würde am Ende natürlich auch interessieren, wie du die Position der Deutschen Bank aktuell wahrnimmst. Schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, dann schalt auch gerne morgen wieder mit ein, denn auch morgen gibt es natürlich ein spannendes Krypto-Video. Ich freue mich auf dich, wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und bis morgen. Ich freue mich auf dich, wünsche dir noch einen kleinen Tag und bis morgen.